Moin Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Mein Name ist Mike und diesmal geht es wieder um Fortnite. Kurz hinweg, ich möchte mich für allen Support bei euch bedanken, die ihr die letzten Tage hier bei mir auf dem Kanal gelassen habt. Die Kommentare, die Likes und ja Freunde, ihr seid wirklich die Besten und dafür möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Und deswegen gibt es heute auch die Gewinnspielauslosung, was am Ende des Videos dann kommen wird. Ich habe das Ganze per Zufallsprinzip gemacht auf YouTube Commentary Picker und dadurch ist auch ein Gewinner entstanden. Schaut einfach am Ende des Videos rein und deswegen will ich mich, wie gesagt, bei euch nochmal bedanken, Freunde. Es ist nicht das letzte Gewinnspiel, es wird nochmal eins kommen, bloß wann weiß ich noch nicht genau. Ich denke mal, es wird nicht nochmal ein Gewinnspiel kommen, wo man einen Rette die Welt Code gewinnen kann, weil ich sehe dahinter keinen Sinn mehr, da Rette die Welt in den nächsten kommenden Wochen oder ja, ich sag mal ein, zwei Monate noch. Ungefähr im Sommer wurde es angekündigt, dass Fortnite Rette die Welt kostenlos sein wird. Deswegen wird das hier das letzte Gewinnspiel sein, womit man hier einen Code gewinnen kann. Und wir sind hier jetzt beim Comment Picker von YouTube Random Comments Picker. Dort habe ich einen Gewinner festlegen können und zwar heißt der Gewinn Extreme Coop Gamer. Herzlichen Glückwunsch mit dem Rette die Welt Code, ich werde mich bei dir privat melden, Freundchen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch in der Rette die Welt. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich an alle, die mitgemacht haben und bis zum nächsten Gewinnspiel. Schreibt doch in den Kommentaren, wie ihr dieses Gewinnspiel fandet. Und nicht vergessen, Freunde, macht am besten noch beim nächsten Gewinnspiel mit oder schreibt am besten in den Kommentaren, was für ein Gewinnspiel ich für euch machen könnte. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!